Hallo Leute, hier ist Graf, der Akku. Ich begrüße euch zu Slendytubbies 2. Ich will daraus eine kleine Challenge machen, und zwar eine Art Schrei-Nicht-Challenge, könnte man sagen. Ich möchte das Spiel spielen und versuche bei einem Jumpscare nicht zu schreien. Gar nicht. So gar nicht. So gut wie es eben nicht geht, erschrecken wir dich wieder schreien. Naja. Okay, Charakter-Custom-Skin, was ist das denn hier? Head-Texture bis zum Werk? Keine Ahnung, wofür es ist, aber egal. Accept. Accept. Okay, gucke ich hier rein in Singleplayer. Geh mir mal Singleplayer. Ach du Schande, sehr ehrlich. Was haben wir hier? Cool, ich habe einfach mal gedrückt. Was ist das? Was soll ich tun? Oh Gott, ist das weird. Okay, wo sollen die sein? Sind die random generiert oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich... Ich habe Slendytubbies zweimal gesehen, ich glaube vor ein paar Jahren beim Markiplier oder so. Das war auch schon ewig hier. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich habe einfach mal gerade ganz random irgendwas gedrückt, aber ich... Oh, da ist was. Ja, nimmst du so. Danke. Ganz random mal gedrückt. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die einzelnen Levels funktionieren. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich spiele einfach mal. Ich glaube, ich muss einfach nur rüber gehen, oder? Ich glaube, ich muss einfach nur rüber gehen, oder? Ja, tatsächlich. Ich muss... Okay, cool. Ich muss nicht mal irgendwas drücken, um sie anzusammeln. Ich gehe einfach rüber. Und... Ähm... Ach, komm, behal' dich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Ich weiß es wirklich nicht, was ist das? Vielleicht hast du keine Ahnung. Ja, wo geht's lang? Geh ich hier? Was für Viecher laufen denn hier rum, by the way? Was für Viecher laufen denn hier rum? Ich habe absolut keine Ahnung. Böse Tubbies? Äh, Evil Tubbies? Keine Ahnung, aber da sehe ich noch was. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht aus. Ich bin, ähm, gerade einer von diesen Menschen, die nicht... Ja, die das Spiel nicht wirklich gespielt haben und auch nicht wirklich verfolgt haben. Ich, ähm, weiß quasi so gut wie gar nichts darüber. Ich weiß nur, ich habe ja nur letztens mal das, äh, ich glaube, das Stanley Tubbies 3 gespielt. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich mal gespielt habe. Was ist das? Nein. Äh, äh. Ich will nicht schreien. Komm, ich bewege. Ich will nicht schreien. Was ist das? Was ist das? Das ist meine Scheiß. Was war das? Ich habe Angst. Wie komme ich hier wieder weg? Wie bin ich hierher gekommen? Wie, wie bin ich hierher gekommen? Kein Scheiß jetzt, wie... Oh, die hätte die Steuerung fuckt ja gerade überhaupt nicht ab, ne? Ey, die fuckt gar nicht ab, die Steuerung. Gott, das ist teilweise so schlecht gerade. Vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mann, das ist so pitchduster, ey. Von wo bin ich gekommen? Bin ich von da? War ich da? War ich hier? Ja, keine Ahnung. Gott, ich bin mehr als nur verwirrt. Ich bin mehr als nur verwirrt, ganz ehrlich. Wie viele, wie viele fehlen noch? Fünf? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier war ich schon. Ich glaube... Hier... war ich schon. Ey, Gott. Meine Katzen prügeln sich gerade schon wieder. Ich höre das im Hintergrund. Und ich denke, das kommt aus dem Spiel irgendwie. Wieso geht es komisch? Und die Geräusche, die die machen, das klingt so ähnlich wie das, was die Slendita, wie sie gemacht haben. Also, so ähnlich. Ich, ähm... Bin ich richtig? Wo gehe ich hin? Ich glaube, hier ist der Ausgang, oder? Ich glaube, von hier bin ich gekommen, oder? Ach, scheiß Dreck. Tatsächlich. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Nein, leider nicht. Nein, ich nicht. Ich nie. Also, gibt es hier nur ein Vieh, was mich verfolgen könnte und was mich auch nicht immer verfolgt, sondern nur, wenn es Lust hat, oder was? Also, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich, ähm... Da steht es, oder? Okay. Das heißt, ich muss dem Vieh... Verdammt. Ich darf dem Vieh kein Zucker geben, hätte ich mir nur gesagt. Nein, ich darf dem Vieh, äh... Keine Möglichkeit geben, mich zu verfolgen. Äh... Ist es... Ist es nur das Vieh, oder ist es nicht das? Ah, ah. Ah, ah. Ich geh wieder. Ich... Geh wieder. Ich geh wieder. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehe, Gott, aber... Ich geh wieder. Herrgott, wo soll denn hier noch was sein? Ich war doch bereits überall, oder? Ah, komm schon. Herrgott, noch eins. Dieses Spiel ist bescheuert. Wer... Wer hat mich auf die Idee gebracht, dieses Spiel überhaupt zu spielen? Ist mir nur eine Scheiße. Wer war das von euch? Irgendwer von euch war das. Ich hab's schon wieder vergessen. Herrgott, noch eins. Okay. Sorry, Leute. Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Und... Ich bin schon wie am Anfang. Scheiße. Ich hab absolut keine Ahnung, wo noch so ein Ding sein soll. Also... Ich würd sagen, ich lass mich mal schnappen. Das war... Hier? War das hier? Ja, komm. Lass mich... Hier, fang mich. Fang mich. Es hat nicht... War es Buggy? War es Buggy? Es hat sich nicht bewegt. You are dead. Okay, cool. Okay. Das war... Eine Singleplayer-Map. Hier. Teletubbies Secret Center. Teletubbies Lake. Wow. Hardcore. Satellite Station. Das ist herrlich. Teletubbies Land Day. Na... Wuuuut. Wuuuut. Training Maze. Wuuuut. Teletubbies Classics. Hier ist mit Teletubbies Classics. Gleich auch nett, oder? Okay. 15... Custards. Okay. 15 Custards. Einsammeln. Brauche ich die ganze Cam dabei eigentlich, by the way. Sieht aus wie... Ja, deswegen Teletubbies Craft wahrscheinlich. Oder wegen Minecraft und so. Wo sehe ich es eigentlich? Ich glaube, ich habe mal den ersten Teil gespielt. Bei meinem alten, keine Ahnung. Das weiß ich. Sorry. Wo ist er denn? Kann ich hier auch? Ja, kann ich. Cool. Wo ist er denn? Ah, keine Ahnung. Ah, da hinten. Da hinten. Da. 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 Ich habe ja ein gutes Bild von ihm gehabt. Gerade eben. Ja, aber er läuft hier seinen eigenen Weg. Obwohl er ist da beim... Da ist ein Custard. Das will ich haben. Und äh... Okay. Es ist immer noch hinter mir. Und ich kann nicht mehr rennen, oder? Verdammt. So eine Scheiße. Ich versuche hier nichts. Ich hänge. Ich hing fest. Ich hing fest. Kein Scheiß. Ich hing fest. Ich konnte nichts machen. So ein Sheet. Okay. Eine Singleplayer-Map. Mach ich noch. Danach gehe ich meinen Multiplayer-Passe. Es wird noch jemand spielen. Ähm. Was davon sieht denn nett aus? Ich sollte mal das Custard-Amount vielleicht ein bisschen verringern. Weil das für mich eh schon zu krass ist. Im Allgemeinen davon. Ich mach mal Teletubbi-Land. Day. Einfach mal Day. Okay. Welche schrecklichen Monstrositäten erwarten mich hier? Okay. Zehn Custards. Und ähm... Ja. Irgendeine Monstrosität, die hier irgendwo auf mich lauert. Mich wartet, oder sowas. Ist das hier so eine Art Teletubbi-Sumpf, oder so? Keine Ahnung. Das ist Tubby-Land. Tubby-Land bei Tag. Was aber auch nicht gerade sehr einladend aussieht, ne? Okay. Ich bin mal auf alles gefasst. Nur nicht auf das, auf was ich nicht gefasst so sagen kann. Also auf viele Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Gott, Katzen, könnt ihr bitte aufhören. Könnt ihr bitte später euch prügeln. Ich hab absolut keine Lust. Und ich wollte eigentlich nicht schreien. Aber es geht mir auf den Keks, dass sie sich jetzt prügeln müssen. Wo ich hier gerade ein bisschen beschäftigt bin. Und gerade ein bisschen... Aber ich krieg den Kopfschmerzen. Es ist nicht mehr nett. Es ist nicht mehr nett. Hallo? Ich bin zu Hause. Ich finde nicht mal eins. Ganz ehrlich, ich finde nicht mal eins. Was läuft denn hier eigentlich rum? Ich sehe ja gar nichts gerade. Was soll denn hier eigentlich sein? Ich hab keine Ahnung. Hä? Alter, ich hab das Gefühl, bei 10 Kasten ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt was spawnt oder irgendwas da ist, ist noch niedriger. Oder... Oder... Entschuldigung. Alter, Katzen, haltet mal die Schnauze. Ich hab ein bisschen zu tun gerade. Aber ich... Ich will... Ich will mal einfach was zocken, ne? Einmal ein bisschen standy damit zocken. Und das mögen die Katzen schon mal nicht. Deswegen drehen sie hier durch. Und ich finde kein einziges Kastet gerade. Kein einziges. Gibt's das? Ich finde weder ein Kastet, noch ein... Uh. What the fuck ist das? Nein. Nein, 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 nein. Irgend so ein Dickerchen. Was zum fuck ist das? Gorilla Tinky Tinky oder was? Oh fuck. Das Ding hat mich sowas von. Das Ding hat mich sowas von. Ich schau es nicht. Es ist direkt hinter mir. Ich höre es. Oh Gott, nein. Ich leb noch. Oh mein Gott, ich leb noch. Oh Gott, das Ding hat mich gerade verjagt. Oh Gott, das gibt's nicht. Ich schaffe es nicht. Ich finde nicht, man. Kastet. Ich hab gerade mal eins. Ich hab gerade mal einen so'n Küchlein. Ich drehe mich nicht nochmal um. Leck mich. Gott, kill mich doch endlich. Damit ist diese Farce vorbei. Damit ist diese hässliche Farce vorbei. Es ist... Entschuldigung. Ich weiß nicht, was los war. Auf einmal ist irgendwas... Ich hab nichts mehr gehört. Ich dachte kurz, es ist weg. Und dann plötzlich sich sein Arm und dachte so, what the fuck? Es macht nichts. Okay. Spielt das überhaupt noch jemand? Ich geh mal in den Multiplayer. Ich schau mal, ob das... Main Server. Ja. Connecting. Ich glaub, das spielt keiner mehr, oder? Oder die Server sind down. Keine Ahnung. Ich glaub, die Server sind down. Okay, ja, ja, ja. Leg mich. Okay. Die Server sind wohl down. Spielt wohl kein Schwein mehr. Das Vieh war das, glaub ich, das mich verfolgt hat. Okay. Herrgott, das sind alles tolle Aussichten hier. Ganz ehrlich. Das sind alles tolle Aussichten, sehe ich gerade. Ich geh nochmal hier in dieses Teletubbies Secret Center. Okay. Funktioniert wunderbar. Er kann nicht mal Treppen hochgehen. Wie sieht denn das Vieh aus? Irgend so ein Vieh mit einer Kettensäge läuft also hier rum und will mich ärgern, ja? Keine Ahnung, wo es ist. Bin ich gerade froh drüber. Warte mal, es kann doch hier vorbeikommen, oder? Kann es hier lang laufen? Ich könnte mich auch einfach hier hinstellen und warten, bis es kommt. Obwohl, nee, das ist langweilig. Das ist zu langweilig. Da muss ich schon ein bisschen näher drauf ein. Auf dieses Vieh. Ich muss ein bisschen mich mehr öffnen, hätte ich beinahe gesagt. Ein bisschen mehr den Teletubbies öffnen. Ach, Herrgott, ich hasse das. Ich hasse Slender Games. Slender-like Games. Das ist zum Kotzen, ehrlich. Solche Spiele sind zum Kotzen. Eigentlich. Weil es ist nur, darauf warten, bis der Jumpscare kommt. Verdammt, geh ich falsch die ganze Zeit? Was ist los? Ich warte nur, bis der Jumpscare kommt eigentlich. Irgendwann. Weil irgendwann kommt das Vieh und killt mich dann. Obwohl ich nicht weiß, wo es ist. Also gerade weiß ich es nicht. Und ich bin froh, dass es gerade nicht weiß. Wie groß ist denn diese Einrichtung hier? Die Einrichtung ist ja riesig. Herrgott, noch eins. Was war das? Das mag ich nicht. Das mag ich gar nicht. Das war uncool. Das hat mich gerade erschreckt. Das fand ich nicht witzig. Herrgott, noch eins. Je mehr Custards ich sammle, desto mehr Jumpscares kommen einfach so. So random. Oder was? Ist das richtig, ja? Das macht mir keinen Spaß, sowas. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Sowas macht nicht süchtig. Und ich würde mir wünschen, dass mich das Vieh erwischt. Ganz ruhig. Okay. Geht wieder. Wow. Diese. Ich halte es nicht mehr aus, ey. Ganz ehrlich. Ich halte es nicht mehr aus. Okay. Ja. Sind hier schon eine Viertelstunde rum. Das war SlannyTubbies2 von mir, GrafDarko. Meine Schrei-Nicht-Challenge. Also, hat wohl ganz gut geklappt. Ich habe nicht wirklich geschrien. Und ja, in diesem Sinne, ich bin GrafDarko. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst das Abonnieren nicht, was ich schon getan habe. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. What the fuck soll ich tun? Oh fuck. Oh fuck, was ist das? Was ist? Was ist das? Oh Gott, da ist ja noch so einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Daddy, where are you? I'm scared. Oh Gott, das ist... They're chasing me, Daddy! Das ist weird. Mer- 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 How-